Du, Eumele, was machst du denn da? Wir müssen, wenn du da einfach hoch gehst und da oben drauf ballerst. Oh, die ist schön geflogen. So macht man das, Eumele. Äh, Pfeile, Rest kannst du falten. Fein. Werdeflasche kannst du aufhalten. Das kann man eigentlich mitnehmen. Die taugen aber nichts. Finde ich halt schade, dass man das Zeug halt nicht einschmelzen kann, ne? Auf jeden Fall Gold. Alter, wie lange ist denn das Ding noch? Ach, sind wir jetzt da, ja? Der hat gar nichts. Haha, sechsfach, cool. Könnte ich öfter mal tun. So, Kartoffeln nehmen wir mit. Eisendolch, Tapp, Mago, anix. Garotten. Garotten. Ist da jemand? Nö, nö. Oh. Das war daneben. Guck mal, still. Easy. Das dürfte jetzt aber der letzte gewesen sein. Oh, 116. Den kannst du falten. Pfeile, Schlüssel zur Festung Nordwacht. Na, die ist schon, äh, dann doch hier eine 3080 Ti. Ja, die wird ja genauso teuer sein. Also aktuell natürlich noch viel teurer, ne? Weil, weiß nicht, wo liegt denn der Preis aktuell bei der 3090 Ti, äh, 3080 Ti? Ist er schon bei 2000, 3000? Hallöchen, Torealt! Ich bin hier, um dich rauszuholen. Ich kann dich aber auch hängen lassen. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los! Brüchte erst mal zusammen. Na? So, Hammer, was müssen wir jetzt? Bringt Torealt in Sicherheit. Halt, hier sind doch Bücher! Ah, er bewaffnet sich hier. Habe ich eigentlich schon alle gemäuchert, ne? So, rennt der mir jetzt nach? Sieht so aus. Ähm, UVP ist die 3080 Ti, glaubt 1200 bis zur 3090. Mit den, glaubt 1900 ist das noch ein weiterer Sprung. Ja, trotzdem, aber so viel ist das halt nicht mehr, ne? Packst du noch eine 3080 normal drauf? Hast du eine 3090? Wir würden nur noch eine 3080 schreifen und neuer PC. Aber das dauert wohl noch eine Weile. Na, hast du meinen schönen Text heute gelesen, Kerl im Discord? Ah, immer wieder dasselbe, ne? Steht leer dran und man drückt trotzdem mal. Hast du viel gelesen? Ja, was von mir heute rauskam, meine ich. Das fände ich hier halt noch, ne? Weil das halt Vanilla... Es gibt mit Sicherheit eine Mod, dass du die Waffen und so einschmelzen kannst. Aber sowas Vanilla drin gehabt, hätte ich halt schon gern, ne? Dass man halt einschmelzen kann. Sprich mir, Torel Graumäne. Die Vermutung habe ich auch, ja? Ich hab'n guten Tag. Meine Familie hat sich Sorgen um euch gemacht. Wo ist er? Ich hab' ihm gesagt, dass er in Weißlauf warten soll. Eine weise Entscheidung, aber ich fürchte, dort ist er vielleicht nicht mehr sicher. Sie werden nach mir suchen. Und in Weißlauf werden sie zuerst nachsehen. Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Arvolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns, den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden. Denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Hab' ich jetzt jemanden für die Sturmmäntel? Na toll. Also ich meine, ich find keinen von beiden so wirklich geil, ne? Aber wenn, würde ich tatsächlich eher zu den Kaiserlichen tendieren. Äh, obala. So, diesmal haben wir den richtigen Knopf drückt. Äh, ne, da, 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 da müssen wir hin. So. Ja, ist nix gelesen oder was? Dass ich unter das Messer muss. Heißt, es gibt wohl demnächst wieder eine längere Pause. Guck mal, da geht der Kleine spazieren. Ihr seid wieder zu Hause. Hallo Kleine. Du musst uns was spielen. Du, ich hab grad keine Zeit. So, was hab' ich hier schon wieder? Warum macht ihr die da unten immer weg? Ey man. So. Rahlia Graumene. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Nein. Thoral ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt eine Rückkehr für zu gefährlich. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Naja, nicht wirklich, ne? Stahlkriegs haben wir der sengenden Hitze hinzugefügt. Habt ihr von Torak gehört? Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Zu wissen, dass ihr irgendwo da draußen und nicht wie ein Tier in einem Käfig eingesperrt ist, das genügt mir. Passt gut auf euch auf. Was ist denn? So passt doch auf. Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Ja, sicher. Okay, wo war deren Hütte? War er irgendwo hier? Da ist der Graumähne. Hä, ich hab mal was auf Anni gefunden. Da guckst du den Kelly, hä? So, wo ist denn der andere, der Vogel? Ich find's ja lustig, dass ich da einfach so rein darf. Aber vor allem, wenn da keiner da ist. Ja, wer hustet da? Oder ist er jetzt auch weg? Er ist wohl auch weg. Na denn? Hätte ich jetzt besser gefunden, wäre er nur gegangen, hätten wir ihm Bescheid gegeben. Wie sieht denn unser Inventar aus? Doch wieder so voll, ja? So, lass uns ein bisschen was verkaufen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich hab noch einige... Ach, sie kommt von hinten. So, Bekleidung. Wir haben ein... Hier, Amulett. 10% bessere Preise. Lager. Alles steht zum... Wirf deinen Blick darauf. So, dann lass mal gucken hier. Waffen? Ne, lass mal. 99, Flöte 12. So, eine Puppe reicht. Wow. Rubin 99. Alter, du bist für ein ganz schön knickerter Vogel. 398. Wenn ich jetzt hier hergehe und was kostet der... Was sagt der bei dir, Mann? 800. Ja, doch, oder? Kommt wieder. Also der ist echt knickerig. Frage ist jetzt, die sich mir hier stellt. Kriege ich oben, äh... Wisst ihr, was mit Himmelsrand heute Morgen... Ah, den nervt mir nicht. Äh, kriege ich oben in, äh... Keine Ahnung. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Äh, in den Dingen oben, wie heißt denn das Kauf? Also in den anderen, in den größeren Städten, kriege ich da mehr Kohle? Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, 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 Waffen. 800... 800... 149... Ach, Bekleidung kann ich hier gar nicht verkaufen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ich bin noch da. Was braucht ihr? So, lass mich mal gucken. Auf knapp 600 war der Vulkan, Streitkolben, ja. Erwert. Dann mal los. Ich habe hier einige gute Stücke. Werft einen Blick darauf. Ja, ja, komm schon. Oh. 286. So, Bekleidung. Jetzt geht's. 109. 224. Alter, da lohnt sich das Verkaufen ja fast nicht. Wenn ich jetzt mal bei der Rüstung, kriege ich 447. Das ist die Hälfte. Dann gehe ich mal. So, äh, lass mal gucken. Fertigkeit denn? Ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Dann verkaufe ich hier halt nur ein Teil. So, 3 Pünktchen ammar. Redekunst ist das, oder? Falschen. Verkaufspreise um 15 höher. Ja, vor der 20. Wie viel habe ich? 41. Okay. 20. Kannst wachen, bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Verführen. Beim anderen Geschlecht. Bei dir geht das. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Ich sage nicht, dass ich der Pünktchen werfe. Einen Blick darauf. So, dann gehen wir nochmal gucken. Da habe ich hier den Eindringen jetzt verkauft, oder was? Äh, graviert, äh. 537. So, mal ein bisschen mehr. 113. So, gehen wir mal da rein. Ob mal da drin. Oh, da ist keiner da. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für... Ja, tue ich doch. Und alles will ich eh nicht verkaufen. Weil... Das war jetzt auch mehr nur zum Testen. Äh. Äh, nicht wieder der falschen Tasten drücken. So, aber es klingt mal auf jeden Fall schon mal bessere Preise. So, den haben wir rein. Den, den, den. Große, den. Gour, Apfel, Karotten. So, zu da denn. Oh, le drinde. Nein! So, ich bin euer Schwert und euer Schild. What? Ich war doch gar nicht hier. So. Ach Gott, hab ich die schon zweimal und, äh, kann keins davon ablegen. Notiz des Schatzsuchers. So, hier haben wir Waffen drin. Eventuell werde ich hier dann die Tage mal ein bisschen... Ja, wobei, das geht schlecht, ne? Weil, ich hab ja noch gar keine Kohle. Oder kaum Kohle, dass ich, äh, in, 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 in Himmelsdingsbums oben, äh, in eine Einrichtung kaufen kann. Na, muss ich mal gucken. So, haben wir was für hier. So, jetzt hab ich Schluck auf. Für hier gar nichts? Das ist nicht viel. Nein, Bekleidung. Blaue Robe. Elfenhelm. Handschuhe. Sag mal, Kelly, ist das eigentlich auf dem PC auch so? Je voller eine Kiste wird, desto länger dauert's. Also gibt's da am PC auch irgendein Limit? So, das kommt auch da rein. Irgendein Limit, aber irgendeine Schwelle oder so. Kein Plan. Hast du nie so weit gezockt, oder wie? Na gut, du verkaufst ja eh immer gleich alles, ne? Von dem her. So, lassen wir mal hier. Wir nehmen das wieder. Äh, den da. Blöde, gewöhnlicher. Hier. Großer Seelenstein. Probieren. So, wie viel haben wir jetzt? 218. Wo bin ich denn schon wieder so schwer? Schon wieder so viele Zaubertränke? Okay. Räume leer. Komm. Dankeschön. Oh, genau hier. Zaubertränke. Gift weg. Komm, das Zeug benutze ich sowieso nicht. Den können wir mal ein Dab halten. Außendauer weg. Saubertrank der Magiker, 19. Okay, was habe ich wieder übersehen? Habe ich wieder irgendeine Waffe übersehen? Ach, Klinge von Hafinger. Na, das könnt ihr erklären. Habe ich denn die nicht rausgepackt? So, die haben wir mal da rein. 193, passt. So, na, was ich brauche, nutze ich und was ich nicht brauche, verkaufe ich. Du sollst nicht brauen, du sollst das verbrauchen, das Zeug. Oder nimmst gar nicht erst mit? Na, gelootert wird immer. So, wir genießen mal die Aussicht. Um uns bitte. Den will ich nicht machen. Das wollte ich eigentlich machen, aber da finde ich nicht mehr hin. Schaffe dir den Weißlauf von Wilkas folgenden Gegenstand. Ich versuche den Tatort, da bin ich zu blöd für. Eigentlich müsste ich mich da in Windhelm einschleimen. Kein Sacken aus der Krone brechen, das sind die Sammeldinger. Semmerwacht. So, Verschiedenes. Warum das nicht rausgeht, weiß ich nicht. Finde die Finger des Meisterschmieds. Genau, das machen wir mal noch.